Dann sind wir auch wieder zurück mit Oldschool-Spielen. Ich muss nur gerade irgendwie verkackt hier, fehl. Hörst du auf, mitzuziehen? So, wir spielen N64. Also, Emulator zumindest. Komm, lass mich ändern. Dich. Dann. So, dann den Emulator hier. Und weiter geht's mit AIDS. Ich hoffe, das klappt jetzt, weil die Patronen sich zwischendurch ausgeschaltet haben. Irgendwie geht der gerade nicht, aber das ist immer noch in der Serie. Guck dir diesen Teil, den ich gewonnen habe, erneut. Da hast du geschiebt, ne, nicht an der Serie, aber hier im Gegenteil. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Dann kam mir die Patronen zu. Da geht's euch. Ähm, die Júpber. Run! Das war doch anders. Das auch. Ich wollte ja mal boosten. Ach so, den Gäste. Ja, okay. Ja, okay. Ja, sorry. Ja, okay. Wow. Das ist ein guter Gegenteil. Ich bin schon mit einem Spitz. Ja, das ist ein guter Gegenteil. Ich bin schon mit einer Räulein. Ich bin schon mit einer Räulein. Ich präsentiert gerade voller Stolz meine 3-Gigs-Nerven. Oh, geil. Oh, wer ist denn auch nicht katapultiert? Wie geil! Wie geil! Du bist ja gar... Das war kein Schatz. Oh, die geht ab. Ich habe nur ein... Ah, du Sack! Ey, Luthier hat schon wieder einen Stern! Ich hätte nur einen Stern! Hihihihi Ich warte auf, du bist zur Sache nach oben. Aber ich find das so scheiße, ich hab 3 Pilze, setz die Pilze nacheinander ein, also Wario war direkt neben mir, setz die Pilze ein, kommt Ende der Effekt des Pilzes, ist das natürlich nicht gegeben, obwohl dann keiner zufüßt. . . . . Ich nehme zum Step 1. Ich nehme zum Step 2. Ich nehme zum Step 2. Ich nehme meine Füße damit. Ich nehme zuerst. Ich habe die Füße. Ja. Ich nehme mich jetzt. Bye. Ich habe die Füße. Also, das ist doch so gut. Okay, jetzt wird da. Das ist doch so gut, ne? Sogar, sondern nicht für den Vergebnissen. Schnell ist die Violin, sobald fällt sie wieder auf den Eitems. Wie liegt denn der Schuss-Kammer? Oh, da. Tatsächlich eine Sicht. Sehr well, ich muss wegfangen. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Dann werden wir beide abkacken. Ja, da müssen wir halt bei schwierigeren Sachen müssen wir halt zusammen spielen. Ja, das meine ich ja. Hilfse bringt überhaupt nichts für die. Also ich ging, ich sehe es bei denen. Kann ich sagen, genau so schnell wie sie brauchen. Ja, das ist ja das, was ich da... Also damals ist es nicht so aufgefallen, weil man es halt gewohnt war. Aber das ist halt der größte Mist eigentlich wieder. Das Lustige ist aber, dass dieses Spiel trotzdem urviel Spaß macht, obwohl es so schlecht programmiert ist. Boah, der Englisch. Danke. Schöne Ausbrüche. Die Schöne ausbraten. Ich bin auch durchgegangen, aber das war es geil. Ich habe ein bisschen vertreten. Ich habe ein bisschen vertreten, aber ich habe ein bisschen vertreten. Ich habe ein bisschen vertreten, aber ich habe ein bisschen vertreten. Ich glaube, ich mache hier bei Super Mario oft einen Fehler. Dass ich die Items so in die Bahn legen will, wie ich denke, dass sie in die Sees fahren. Und ich habe mich ja geschlossen. Ich habe ein bisschen vertreten. Ich habe ein bisschen vertreten. Da ist die Peeche. Oh mein Gott. Ahem You see the cool fun, cool fun, cool fun Eh? Ja Fad nie aufgert Aber ich finde das cool, dass man hier so einen Pausen und die Leutwäsche ist. Auf jeden Fall, das ist noch viel Dreckung, wenn man irgendwas... Irgendwann... 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 Ich warne Dich, es kommt ein... Ja, super, weil ich leider mich nicht rüberkomme. Ich hab immer das Gefühl, die sind nicht so. Aber der Besitz hier in der Stelle war ich nicht. Als kleiner Schaffst du es mit 15. Ich hab keine Chance. Ich würde jetzt nicht aufhören. Ich glaube, der kriegt nichts. Ich weiß nicht noch mehr. Ich glaube, sei froh, dass ich den nachgemacht habe und als Zuchtdoktor angebracht habe. Das ist die letzte Liste drauf. Die Liste aufhören. Sie sind die ganze Zeit. Sie sind die Klammer. Ich bin die Klammer. Sie sind die Klammer. Sie sind die Klammer. So, das letzte hab ich nicht Das ist nicht da Ja Das ist nicht da Oder blitz Was ist ein Künstler? Also habe ich beide gesehen. Genau, wer war da? Heißt, genau, ja, der ist hier. Ständig mit dem Team mit dem Witze. Und das auch, wo man auf dem ersten Platz ist. Weil gerade das... Von wem wohl? Also, ich weiß jetzt nicht, mir fällt keiner ein. Okay, uh, das heißt du. Okay. Dann stehen wir uns noch kurz dran, das Ding, genau. Ja, das hat genau sehr gut. Das ist ja nicht exakt das gleiche Sprüche wie damals. Thank you. Thank you. Danke. Ja, hoops. ich habe nur ich habe immer so eine Pre-Version vorgesehen, da gibt es ja was für mich zu zeigen, aber ich werde nicht wissen, dass es hier ist und stellt sich auch allgemein an, was das Pre-Mate angeht, eigentlich ist die Intrinschule des Pre-Mate das Problem zumindest, dass man davon noch kein Geld bekommt ja, ich mache damit ja kein Geld, ich fände da alles kostenlos auch ohne, dass ich irgendwie Werbung schalte oder sowas nicht drauf ja, weil ich dann keine Rechte habe, dadurch nichts verdient und ich würde sagen dann, okay, dann machen wir das, weil da sowas machen das ist ja genauso, wenn ich jetzt Musik verwendet, wo ich die Rechte nicht habe, auf jeden Fall da muss ich nur sagen, ja, okay, das stimmt, die Rechte, die soll weiter verwendet und ich glaube, es ist auch ein Jasper, wer kann denn die Rechte nicht nutzen, das ist ja ich wollte schon sagen, ich bin fast für die Rechte nicht ich bin fast für die Rechte nicht Von dem die Gordon-Banan-Hudkarten. Ja, aber nicht so. Das machst du hier. Du lässt dich von Pete abhängen lassen. Schauen wir jetzt noch die anderen Cups, also die CM-Klassen oder andere Cups? Echt? Oh, das ist ja leer. Die Stirn, Rainbow, die passstelle ich von jedem Mario Kartspieler. Ne, ich mein, weil man da so oft runterfällt. Fahr die Strecke mit einer 50. Oh, das Spiel auf den 60-111. Spiel auf den 60-111. Spiel auf den 60-111. Fehler pro Sekunde. Und das, obwohl ich das Scream und zwei Bildschirm anschließen. Spiel auf den 60-111. Das ist der Top-Kart. Ich bin der Besten! Die Serie 4. Nur die ludzi, den sie verbessert hat mehr. Welcher jemand tut? Ich hätte auch vielähle gesehen. Also, ich vermatra'm Frederiken! Ja! Wer besitzt bah yes, du hast du dich einfach verdurrt! Jetzt Gleiches muss ich dich! Steig auf deinen Nerf. Boah, der ist jetzt ja wirklich schneller. Ich habe mir jeden schon bewundert, dass ich so schneller ansieße. Ich muss nicht loslassen. Das ist so. Das ist so. Das ist wirklich kein Schäfer. Also muss ich keine Schäfer. Im Grunde genommen habe ich nicht mit einem Ausmacht abgbracht. Machen Sie schon wieder. Ich bin excellent. Ja. Ich bin es Großart. Ich bin es großartig. Ich bin es großartig. Ich bin es großartig. Ach Schluss, ich hab nicht schon was gehabt. Oh, plötzlich flüßt ich sonst was. So. 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 Das war's für heute. Wie sind die denn da oben? Die beiden sind da oben, aber es ist wirklich noch mal angeklärt. Ich habe ihn außer Abblenden halt. Direkt er nach Abblenden. Woawoowoowoo! Also, Kooposnos, was ne Kooposnos, was kooposnos. Willkommen! Ah, aber das schraut mich gerade auf ein bisschen, dass es plötzlich so extrem an ist, äh, müssen wir jetzt. Der Sound ist auch viel schneller. Ich glaube, der hat immer schon gefangen. Oh, der dreht. Oh, ich kann als kleiner meinen Kugel nicht nutzen. Soll der Scheiße. Aber ich bin der Letzte. Oh, ja, lol. Das Ding setzt mich ab, ich fahre los und fahre in die Verduchtung. Warum setze ich mich nicht schlecht? Ich bin gerade losgefallen, einfach. Ich habe den Teufelkommen, sondern ich bin noch äh. Oh, ja, 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 ja. Ich glaube, alle Season 2 haben können auch. Oh, ja, 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 ja. Oh, das ist ein Mensch. Musik Das muss aber auch nach den Sternen gehen. Und dann hat wohl kein Riff gehabt vorgegeben. Ich glaube, ich bin auch die ganze Zeit den längsten Weg gefahren in Zwischen. Nee, jetzt nicht in der Runde, oder in den vorigen. Jetzt bin ich mal durch die ganzen Straßen gefahren, wo die kleinen schwarzen Viecher sind. Und deswegen geht es viel schneller. Oder zu wahrscheinlich. Ja, ich bin jetzt sowieso letzter, das ist mir egal, wo ich dann fahre. Ich probte mich ja nur über den Rasen gefahren, da ich den Fliss hatte, glaube ich. So. Ja, ich habe null Punkte, weil das vorher, wenn ich in meinem zweiten Euro dritten Platz habe. Ja, nicht. Ich fahre los, komm, bis ich geh'n Hause hin. Vielleicht mal hin. Soll ich drücken. Soll ich drücken. Das Ganze die Kugel. Soll ich durch die Esskugel zu kommen, und dann wieder auf der Garnwind. Und dann noch mal zu sehen. Hey! Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, 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 Ich hab mich nicht noch mal getroffen. Zwei von der Panzer gegen mich selber weg. Ja, aber das war wirklich die Rainbow Steak hier bei B. Da hat nämlich ganz viele Löcher und sowas gehabt. Jetzt fliegst du höher, deine Probe. Oh, viel weitergefliegt. Oh, eine halbe Ewigkeit. Nein. Ja, weil du sie nicht gefressen hast, liegen sie auf der Strecke oben. Ja. 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 Ich weiß sogar, wie diese Kugeln, diese Stahlkugeln, äh, machen so viel Sinn. Ja. Oh, die Strecke war doch einfach. Ich hatte nur noch eins von der Rainbow Strecke von der V, weil da sind richtig viele Löcher in der Straße und dann noch, ja, zwei Tügel, dass du halt teilweise springst, flippst und dann nicht mehr wer auswirchen kann. Jetzt habe ich so oft den Tod geschlosset. Jetzt habe ich so oft den Tod geschlosset. Oh, nicht weg. Ja. 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 Nein, nein, nein. Tut dein Bild nehmen, aber kumpelst ihn nicht. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Easy go! Ähm, komm. Ähm, das war's ja gar nicht. Ah, ich hab's gewusst. Oh, ja. Ah, das wurde nicht gespricht. Dann ist es wieder zu... Ich kann jetzt heute mit den Händen übernachten... Ich hätte hätte mir fast in die einzige Platz getraut, aber ich habe dann auch eine Fakingsregnade gesetzt Ich muss da ganz kurz einfahren... ...und doch... ...drafen wir gesichert. Gailu! Aber sie ist positiv! Jetzt gehört es dann noch. Oder will es die 100 Kubik noch machen? Nä, nä da gespeichert zum Beispiel auf welchen ist es? Delicone Racing? Snowboard Kids 1 oder 2 Starfocus ist Jet fliegen fast Snowboard Kids 1 oder 2 Ich hab das nur auf dem Check Genau Wir analysieren und prototisieren und checkersieren und alles schieren Wir schieren alles Alles was mit Sieren geht machen wir Das machen wir auch Was ist das scheiße? Die sehen so scheiße aus Snowboard Kids Klappen Ich brauche keine Hilfe Ich brauche keine Hilfe Ich würde jetzt mal die Zertifizieren Da Warte 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 Okay. Come on, follow me. Hehehe. Das ist das Kieks, ne? Ich bin noch. Ich bin noch. Ich bin noch. Freestyle all around. Hold on. All around! Nice. Oh, guck. Ein anderes Loch. So. Duty. Ich hab kein Problem, was ich nicht löst. Was? Was? Achso, jetzt hast du mich mit der Xbox verbunden. So viel zum Thema kein Problem. Lass mich mal kurz zur Zeit der Deck fangen. Hier zur Zeit du sprawst. Dies geht dabei competitions. In Wiener Pulse. Wiener klappt ein. In eine Klinische Reise erzeugt. Das geht über 16 im Moment. presumpt and area zu klein und auch angst. Und nochmaly aufslettertein. Cool. Und nochmal. Achtung! So, das ist das Schöne bei akkubetriebenen Kontrollern. Hier ein Stecker für den Irmant. 50.000 USB-Kabel, aber nur zwei USB-Stecker am PC. Das ist frei. Ich mache. Lass mich erstmal wieder hinsetzen hier. Ready? Krano. Go! Yeah! No! 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 Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. gar nicht jetzt war ein Berg und was dann machen wir uns besser hey hey ja, jetzt werden wir treffen ich brauche meine Linke auch nicht ja ich muss nach rechts vielleicht, da kann man nach links gehen oh ja, das ist ein bisschen offen hier ich glaube, das ist ein bisschen besser oh, ich muss nach rechts ja 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 Ich bin jetzt mal wieder auf der Seite. Ich bin jetzt mal wieder auf der Seite. Ich bin jetzt mal wieder auf der Seite. Aber mit der Einschränkung jetzt nicht weiter. Und dann sieht ich auch gleich mal, wie man es hier einstellt. Genau, Controller prackeln. Kann man hier die Controller wechseln, welchen Spieler man nehmen möchte, welche Controller-Version, PC, hier, also, ne, Controller oder, was heißt das, theoretisch, und hier einfach draufklicken und dann zuweisen, bla, ist nicht so kompliziert. Das Dumme ist, man muss nur immer erstmal am PC zuweisen, weil nämlich ist so. Also man kann die halt nicht doppelt belegen, das ist das Dumme. Was, also, nochmal, ich hält es dann. So. Links, rechts, open und unten. Links, rechts, open und unten. Dann treten wir auf Save. Kann man hier die später auch immer wieder aufrufen, anstatt die immer neu konfigurieren zu müssen. Passt jetzt nicht ganz, aber... Ja, das hier ist jetzt das Steuerkreuz. Also jetzt machst du, genau, Stick. Rechts. Open. Und jetzt mit dem Steuerkreuz. Und dann? Nee, scheiße, das war ab. Sorry. Oben. Nein, oben. Jetzt oben. Ja, oben, mach, schnell. Oben. Danke, jetzt unten. Und rechts. Weil hier die Zeit abläuft. Teilweise gegen Kombo. Ja. Trittisch können wir auch mehrere Profile, da müssen wir nicht immer zurück, aber es ist jetzt zu spät. Ja, oben. Da müssen wir auch mal drittisch sein. Ja, oben. Mach' nicht mehr so. Jetzt kommt das hier. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Der Lenk im Haupt Lenk im Haupt Den Lenk im Haupt Ah Scheisse Da kommt man immer noch Damit ich in den Humpen Lenden Das ist so Sehr gut Von dem ich dagegen fahre Hat mit Artich nicht in die Hauptgruppe Man muss nicht in den Humpen Man tut dabei im Hintergrund Was ist das Dschloch? Das ist nicht ein Dschloch! Schau! Das ist schon ein Dschloch! Was ist das Dschloch? Was ist das Dschloch? Es ist ein Dschloch! Oh, du bist! Du bist! Das war nicht so, dass es irgendwas gibt, wo man hier ist, dass man das Brett enttämpft ist, aber wir haben hier einen rechten Sticker gemacht. Wir haben hier einen anderen Sport enttämpft. Ich kann es unsichtbar machen. Kann es unsichtbar machen. Mach es unsichtbar machen. Oh, ich brauche mich. Ich schließe den Link. Ich schließe den Link. Das ist schon mal so hoch! Das ist jetzt einfach einseitig! Die Hausten schiefgehalten None! Ich werde noch einmal stehen! Du bist ebenso hittet! Ich habe auch noch ein Spex-Kumpel! Ich gehe voll in die Kälte, schon bevor ich das so losgehe, dann kann ich das mal aussehen, glaube ich, das war aber nicht ganz gut Super, so Fremden sind auch hier rein Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott Oh mein Gott, warum haben wir das hier? Die gucken, was ich bei dem anderen besser jetzt Ja Alles klar, was ist das nicht wahr? Der auch Ob es Maus im Weg es ist kalt hier drin deswegen sind wir da wende ja 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 Balance Board Balance Board Balance Board Balance Board Willkommen zuhören. Ich bin dann im nächsten Video. Ich sage jetzt ein paar Videos. Ich soll das mal innen. Ich werde das mal wieder aufbauen. Der ist halt so weit zuhören. Hörst euch das noch. Das war's für heute. Ich habe die Hand-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack. Ich habe die Hand-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack. Aber ich habe die Hand-Tack-Tack-Tack aus generationen. Und haben sie bekommen. Jetzt habe ich das Activision. Eif also einen fl 뜨- pues totaler Tag. neh. Du bist halt begeistert. Hallo! Diese... Diese Erwärmung, wenn ich meine Schwache kriegen kann. Die Schleuder, die sich nur hochsprafen und schwachen. Was meinst du? Guck, darf ich nicht mehr so sein. Ah, das ist nicht mehr so hochsprafen, was nicht mehr so hochsprafen. Ich bin schon mal so hochsprafen. Die Schleuder ist nicht mehr so hochsprafen. Die Schleuder ist nicht mehr so hochsprafen, was ich nicht mehr so hochsprafen kann. Geist, Geist, Geist... Meist, Geist, Geist, Geist... Is da schlecht? Geist, Geist, Geist! Geist, Geist... Was? Was? Ich bin Schlitter. Ich denke, ich kann es sagen, ich kann es sagen, ich kann es sagen. Das war's für heute. Dreckiger Bastard Du Dreckiger Bastard Vom ersten Platz nach dem dritten gefallen wegen dem Scheißpfannen Mimimi heulen halt rum Dreckiger Bastard Dreckiger Bastard Dreckiger Bastard Wir brudeln jetzt auf 2 Munchen Dreckiger Bastard Dreckiger Bastard Dreckiger Bastard Das war's für heute. Darabend. Ich denke, dass ich mich nicht mehr verletzt habe. Ja. Nice. Hahaha. 2, 2, 1, 2, 1 Das war's für heute. Ich hoffe, es hilft, es heilt die Abenteuerung. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hab dich jetzt einmal Ich hab dich jetzt einmal gespürt Doch, du hast nicht noch Nein! 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 Das war's für heute! Das war's für heute. Das war's für heute. Final lap! okay er hat ich habe ich den ganzen Do you lose? Do you lose? Do you lose? Oh. Tommy! Do you lose? The speed is kinda tickling, I think my music. Signal down, signal down, signal all the way. Suit up! I'm gonna use a little tilt front, but... ...the marbles. ...the marbles. ...the marbles. Oh man. Ready? Go! 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 Come to the menu. Go! 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 Beep! Go! Go! ja 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 Ich bin jetzt nicht so gut. Ich habe den Wandelwandel. Ich habe den Wandelwandel. Ich habe den Wandelwandel schon gepackt. Ich bin die Wand gefahren, das ist doch so ein Problem, ey. Ah, wir haben ihn auf dem Ort gelegt. Ah, E3, ja komm, das ist okay. Nee, ich hab der Forschen-Kanal überholt. Ich hab nicht mehr als Bieter gefunden, nachdem ich auf der Falle bin. Ich bin vierter, wer ballert mich wieder ab. Ja, ich hab die Wand gefahren. Ich hab den Eingang gelegt. Ich hab den Eingang gelegt. Ich hab den Eingang gelegt, okay. Ich hab den Eingang gelegt. Das war's für heute. Das war's noch nicht so. Das war's für heute. 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 Mann, Basta, da war ein Traumort. Was ist denn, dass ich das Mann nicht wieder zurückkriege? Wer war denn, weiß ich? Ah, okay. Ja, das ganze Mal ist doch immer halt, ich brauch mein Spielwerk verletzt, hab ich verliebt. Fuck, das wollte ich ja nicht. So, Star Fox? Oder Super Smash Bros. Die ganze Zeit nur Lernspielen. Wir haben ja fast nichts anderes wegen Multiplayer und so. Auf der Seite gab's leider nicht so sonderlich viel. 4 Rest Blitz-Screen, 2 Spieler. Ach so, das ist jetzt gegeneinander. Ich mach's in den Raketen. Ja. Ja, fuck. Oh, fuck das Boden. Ja. 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 Das ist ein bisschen doof, weil wir hier keine Z in der Erdnissen haben. Das ist so unspektakulär geradeaus, wenn wir machen, die ganze Zeit nur im Kreis fliegen. Oh nein, ich glaube nicht, kann ich nur zu zweit spielen. Alter, wie machst du das mit einem Raketen? Ich feuer auch die ganze Zeit, aber ich schieße nur Laser. Ja, ich schieße jetzt nicht die Gebäude hier. Ja, ich schieße jetzt nicht die Gebäude, aber ich schieße jetzt nicht die Gebäude. Ich schieße jetzt die Gebäude. Ah, der Spielmodus ist richtig lustig. Wir haben mega Spaß, wir fahren hier vor die Party gerade. Ich pack da bald raus. Was? Was? Das klicke ich auch so. Mach ich auch. Ich habe eine Sache Kills gespielt. Das ist doch sinnfrei wenn wir die ganze Zeit im Kreis fliegen hier Dann lieber im Co-op irgendwie nicht mit dem Level Ich bin jetzt ein Kuss mit dem Kuss Ich bin jetzt ein Kuss mit dem Kuss Das ist doch nicht so schön Du hast noch zwei Raketen in diesem Mega-Ding. Du hast noch zwei Raketen in diesem Mega-Ding, aber du hast noch zwei Raketen in diesem Mega-Ding, aber du hast noch zwei Raketen in diesem Mega-Ding. Ja, bei dir ist es aber gefährlich, du hast weniger Leben. War nicht da irgendwo ein Bremsen oder sowas? Ne, richtig. Ja, du hast mich gerade von voll auf null gefasst gehauen. Ja, deswegen bin ich ans Gebäude gefahren, um das Ganze zu werden. Wir sind schneller. Der Versus-Modus ist echt scheiße. Ne, 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 warte hier, ne, quatsch. Ne, lass mich holen, ich bin nicht normal. Muss man das echt bis zum Ende spielen? Oh, mein Flügel mehr. Ich habe mein Flügel auch gebrochen. Ja. Zweiten kriege ich auch, aber ich fliege auch nochmal weiter. Wie scheiße ist das denn? Ich kann alles noch ganz normal machen. Ich fliege ganz normal weiter mit allen Fähigkeiten und so. Und obwohl die Flügel ab sind, kann ich auch immer noch mit den Flügeln gegen Boot stoßen. Und wir können auch einfach die Rommel laden. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist ein neues Laft-Rekord! Wollte ich nicht. Aber es gibt echt nur eine Taste, es gibt nur ein Steuerkreuz und die Gastaste. Mehr Funktionen gibt es nicht. Es ist ein neues Laft-Rekord! Es ist ein neues Laft-Rekord! Dann muss wohl jemand mal hier Singleplay in Team64 streamen, damit wir den Wurf ein bisschen mehr retten können von der Konsole. Es ist halt so, dass es immer einer zu verdienen ist. So was mehr Spaß ist, ist nicht scheiße, es macht Spaß. Nicht hier. Hier macht Spaß. Immer wenn ich nicht auch kann, macht es ja Spaß eigentlich. Ha, es ist ein neues Laft-Rekord! Kürzeste, guck mal! Ach, für diese Sekunde hab ich nur gebraucht. Und kann man ja nicht nur gehen. Ja, einmal nicht letzter. Ha, es ist ein neues Laft-Rekord! Na, Br-Br-Br-Br-Br-Br-Br-Br-Br-Br-Br-Br-Br-Br-Br-Br-Br-Br-Br-Br-Br-Br-Br-Br-St Ich hab' nicht genug Felder für meinen Namen! Pupupuputz! Ich seh' nichts! Achta! Sicher, dass es kein Kerl ist? Oh, ja! Dann könnt ihr halt echt denken, wie wär' irgendwie so, ne? Wir gucken nicht aus dem Fenster, was vorbeiläuft! Ah! Wieso wir wären, wir sind! Der Typ dreht sich erst mal um! Na, kann mal gucken, ob das Spiel das nervt! Oh, ihr entscheidet ja alle, was wir jetzt als nächstes Spiel haben! Oh, keiner entscheidet! Oh, mach mal, Päuschen! Vermisst uns ja grad eh niemand!